Gut, dann muss ich wieder überwechseln auf die Spitzhacke und es geht weiter, indem wir hier diese Schicht hier wegmachen. Bis ganz nach vorne. Ja, ich kann die Kiste schon sehen. Also das kann nicht allzu weit sein. Und dann haben wir schon drei Viertel fertig. Ne, gar nicht wahr. Weniger. Wir müssen ja vor... Oder Moment mal, wo sind wir denn... Ja, ja, doch hier. Das Stück hier unten haben wir. Auf jeden Fall haben wir dann schon über die Hälfte. So, die eben weg. Die beiden, jetzt habe ich die Fackel weggegangen. So, jetzt. Ja doch, da ist nur noch Stein bis ganz nach vorne. Ich könnte auch eine Einserbreite machen, aber... Ne, das ist mir zu eng. Ich hätte auch eine Dreierbreite machen können mit der großen Spitzhacke, aber das ist mir dann mir zu breit. Das muss nicht sein. Ich bräuchte eine 2x2-Spitzhacke. Das wäre ideal. Das bräuchte ich eigentlich öfter, aber ja gut. Habe ich halt nicht. Aber ich könnte ja mal mit dem Laser wieder arbeiten. Das macht auch Spaß. Ja, das machen wir. Wir holen uns den Laser ein bisschen. Das haben wir ja noch. So, ja, machen wir das doch gleich. Jetzt muss ich nur schauen... Moment, so, wo der nochmal ist. Der müsste ja hier sein. Da, genau, da ist er. Ist ja schon aufgeladen. Kann ich das irgendwo sehen? Doch, 300 von 300. Ja, okay, das war's. Dann wieder zurück. Und dann... Achso, ja, genau. Da ist ja noch erstmal so ein langer Gang bis dorthin. Dann mache ich jetzt mal in der Richtung weiter. Weil ich jetzt den Laser zum Einsatz bringen will. äh, richtige Maustaste treffen. Achso, aber... Ja, gut. Ich muss ein bisschen schräg halten. Das geht viel schneller und macht viel mehr Spaß. Ja, das geht echt viel schneller. Ja, wunderbar. Dann nehme ich den Laser. So, wo sind wir? Ich muss jetzt bis dahin... Genau, bis dahin. Ich weiß allerdings nicht genau, wie weit. Ja, doch, ein bisschen noch. Äh, wieder Fackeln. Oh, das ist... Nee, nicht dahin. Oh, das macht richtig Spaß. Boah, nicht zu weit nach unten. So. Oh, ja, doch. Wir sind fast schon so weit. Hier. Ja, aber ich weiß es nicht, wie weit. Wir, ähm... Ich würde sagen, wir lassen das mal. Wir müssen halt den Rest wieder ein bisschen zumauern. So, will ich mal das hier so belassen? Ja, noch ein Stückchen. Ja, so könnte es ungefähr hinkommen. Dann laufen wir jetzt mal das ganz außen rum. Und machen dann von der anderen Seite, wo wir ja schon angefangen haben. Wie sieht es aus hier? Ja, doch, das wächst schon alles zu hier. Da sieht man auch schon was, oder? Oder billig es mir ein? Ich weiß nicht. Ja, soll erst mal wachsen. So, das Ende haben wir. Da vorne will ich es ja nur noch einmal was hinsetzen. Die Frage ist halt jetzt nur, wo genauer. So, los geht's mit dem Laser. Oh nein, da habe ich zu viel an der Seite. Ähm, was machen wir da rein? Dann machen wir Erde hin. Und da unten auch. So, gut. Wieder zurück zum Laser. Ja, doch, da haben wir noch ein Stück. Energie haben wir. Ja, haben wir noch. Wir laden den natürlich gleich wieder auf. Wir sind ja bald fertig. Aber aufladen können wir den natürlich auch wieder. Oh, das hat ein bisschen gedauert. Noch sind wir aber nicht ganz vorne. Ja, ich glaube ein bisschen. Ja, ja, okay. Das ist dann noch ein Stück. Oh, aber moment mal da. Nee, da habe ich mich versehen. Das war noch kein Durchbruch. Der sollte aber gleich sein. Ach so, ich kann ja auf die Limitkarte sehen. Ja, da sehe ich auch was. So, da dürfte der Durchbruch jetzt. Da darf man ja schon. Und da, genau, da haben wir genau hingekommen. Hat genau gepasst. Okay, gut. Dann setzen wir jetzt hier die Kiste hin und in die Ecke den Schanklauter. So, hier ist es halt ein bisschen enger dann. Das macht dann nichts. So, ja gut. Haben wir alles gemacht. Jetzt kann das da vernünftig wachsen. Oder braucht es dazu auch Tageslicht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja gut. Auf jeden Fall sind wir damit fertig. Damit kann ich mich gleich wieder teleportieren zum Experimentierlager. Dass wir nämlich den Laser wieder aufladen können. Dazu müssen wir nach draußen. Und wo ist denn der Rotor? Ist der kaputt? Ist ja gar keiner mehr. Der ist kaputt. Ja, schauen wir mal, was wir aufladen können. Nein, wir machen alles da rein. So, da rein. Und jetzt müssen wir... Ach, da ist ja gar nichts drin. Ah, okay. Gut, lassen wir den da drin. Wir müssen einen Rotor da hinsetzen. Und den müssen wir erstmal finden. Also, ich sage da vorne, fehlt da auch ein Rotor. Da fehlt, wie es aussieht, auch einer. Ja. Also, schauen wir mal, was wir hier an Rotoren haben. Ist das hier dann? Ne, da ist nichts. Rotor, ne, dann ist der wahrscheinlich bei den Carbon-Sachen hier, genau. Ja, da haben wir sogar einen Rotor. Den werden wir da gleich hinpacken können. Wie sieht es hier mit aus? Haben wir da was dran? Da haben wir Kohle dran. Na, so viel bringt der halt jetzt auch nicht rein. Aber gut, immerhin etwas. Ja gut, dann werden wir erstmal den Rotor da hinsetzen. Und dann am besten gleich zwei neue machen. Bei der vorne fiel auch einer, ja gut. Oder haben wir denn schon was auf Vorrat? Das könnte er auch sein. Also jetzt hier im Lager natürlich... Vielleicht steht hier jetzt eine Kiste. Nö. Dann gehen wir halt ganz nach oben. Also das wäre Sinn, mal da vielleicht eine Kiste reinzumachen. Wo dann ein Rotor reinkommt. Und dann könnten wir... Okay, passt. Und dann hätten wir da was auf Vorrat. Aber besser unten. Ja, dann haben wir das alles zentral. Und dann drüben fehlt halt auch was. Gut, aber hier kriegen wir jetzt wieder ein bisschen... Energie. Ja, ist halt nicht viel, weil gerade nicht viel Wind weht. Aber immerhin etwas. So, dann wieder nach unten. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Mit Rotoren. Und dass wir da noch ein paar bauen können. So, wie sieht's aus hierbei? Wird das jetzt aufgeladen? Ja? Nee. Oder wenn dann nur ganz, ganz langsam. Ah doch, ja. Es wird aufgeladen. Ja, ja, ja. Es wird aufgeladen. Okay, gut. Dann, ähm... Wo muss ich jetzt hin? Ich kann auch da drunter springen. So. Dann schauen wir mal, wie es bei den Rotoren ist. Jetzt sind wir eben... ... ... noch ein bisschen bei den Rotoren. Ich wollte hier eigentlich, nun, da ich mit den, ähm... ... mit diesen Schunklautern fertig bin, wieder nach unten gehen und bei den... ... bei den Personenbahnsteigen weitermachen. Aber, das muss halt jetzt... ... hier nicht. Das muss ich halt noch ein bisschen gedulden. Nehmen wir den ganzen Staub mit. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Lager. Und werde mal den ganzen Bruchstein losen. Und all das, was wir nicht brauchen. Springen wir eben ein bisschen hin und her. So. Ah, ich schmeiße das alles jetzt in die Kiste hier rein. So, okay. Dann bin ich das Zeug los. Gut. Kann ich dann alle mal ausleeren. Was machen wir jetzt hier mit? Den Punkt brauchen wir doch nicht mehr, oder? Mhm. Ja. Das ist ja weg. So. Den Punkt habe ich doch neu gesetzt, oder? Ja, ich glaube schon. Kommt dann auch irgendwann mal weg. Jetzt will ich erst wieder zurück hier hin. Wo wir uns dann um die Rotoren kümmern. Die Frage ist jetzt nur, wie baut man so einen Rotor? Aha. Und sowas brauchen wir auch. Kann ich sowas bauen hier? Cool. Ich habe zwei schon gebaut. Stahlrotorblatt. Nee, nee. Äh, diese hier. Wie baut man die? Aus einem Stahlblock. Den müssen wir ausziehen. Okay. Das heißt, wir werden mal zwei Stahlblöcke... Nee, Moment mal. Ich will drei Rotoren machen. Dass wir für den anderen Turm einen Rotor haben. Und dann noch zwei Ersatzrotoren. Also brauchen wir Stahl... Eisen, Erz, Zinn, Erz... Wo sind denn die Barren? Oh, guck mal, hier ist eine Kiste mit Buchstaben. Okay. Und hier, ja, guck mal, hätte ich alles da reinschmeißen können. Na gut. Ich hatte doch... Stäube sind hier. Barren, hier sind Barren. Stahlbarren. Nehmen wir das mal mit. So, da kriege ich drei Stahlbarren raus. Schmeifle den Rest wieder da. Nein, die setzen wir jetzt gleich mal zum Ausziehen. Ich glaube, die sind sowieso schon belegt hier. Diese Gerätschaften. Aber die müssten schon fertig sein. So, richtig eingestellt ist das auf jeden Fall. Und auch der noch. So, was haben wir da drin? Da haben wir nichts drin. Okay, da haben wir auch nichts drin. Da sind Zäune. Okay, Zäune hat er gemacht. Ja, da müsste... Ja, genau, der ist schon fertig. Und da müsste auch gleich einer drin sein. Da haben wir ihn schon. Boah, fertig. Dann hätten wir das schon mal. Dann müssen wir uns nur noch um... ...die ganzen Carbon-Sachen da kümmern. Und erst mal was essen. So, woraus baut man denn jetzt diese Rotorblätter? Aus Platten und Gewebe. Uns fehlt also Gewebe. Okay, und Gewebe machen wir aus... ... ähm... ... rohen Fasern. Ne, warte mal. Rohe Fasern. Ich will ja rohe Fasern haben. Aha, aus Kohle-Staub. Okay, gut. Ja, gut. Belastet wir jetzt erstmal dabei. So, und jetzt brauchen wir noch... ...die Platten... ... an dem Moment, ich brauche... ... ah, die muss ich... ... die muss ich in den Kompressor packen. Aber wie viele Platten brauche ich denn? Da brauche ich sechs. Okay, wie viele Rotoren brauche ich? Zwei habe ich ja schon. Und ich will drei Rotoren machen. Das heißt, pro Rotor brauche ich vier. Das heißt, zehn. Na, so drei mal vier ist zwölf. Minus zwei, die ich schon habe, ist zehn. Und für jedes Rotorblatt brauche ich sechs von diesen Dingen. Wir brauchen also 60 mal... Moment, da muss ich die... ... 60 Stück muss wir da reinpacken. Und wir haben... Ne, aber moment mal, von was jetzt? Ich komme durcheinander. ... diese... ... das Gewebe. Wir brauchen also 60 Gewebe. Und wir haben 34. Okay, dann packen wir erstmal die ersten schon rein. Damit die schon mal bearbeitet werden können. So, ist das jetzt hier der Kompressor? Nein. Da ist der Kompressor, okay. Rein damit. Und was ist da vorne nochmal? Die Doppeldinger hier. Äh, der Schredder. Ah, okay. Gut. Boah, wir könnten eigentlich auch hier draußen bleiben, ne? Wozu haben wir das denn? So, wir brauchen nochmal... ... so, so... ... sowas hier. ... jetzt haben wir noch mal 32 Gewebe. Ein bisschen Gewebe müssen wir ja aufheben, weil wir davon ja auch noch was brauchen. Das sind jetzt zwei da. Hm, das ist ja noch nicht so viel. Das Video ist ja noch nicht schön. Das war's. Sov saysen. Sov Oh, nee! Wie ist ja noch hier? Vielen Dank.